Wir sind hier auf der IPM in Essen und hier ist ein riesengroßes Thema natürlich Nachhaltigkeit. Aber Nachhaltigkeit ist für mich ein ganz einfaches neues Wort für Sparsamkeit. Also das heißt, wir sollen sparsam mit unseren Ressourcen umgehen. Wir müssen da keinen riesen Werbeboom drum spinnen, sondern wir müssen einfach mit unseren Ressourcen sparsamer umgehen. Und ja, dann haben wir ja die Katze im Sack. Meine Mission ist, ich würde einfach ein bisschen übertrieben beschreiben, die Welt zu retten. Das heißt also in den deutschen Gärten einfach ein bisschen mehr Natur zu bringen. Das heißt weniger Chemie, weniger Pflanzenschutz. Das ist meine Mission und ich hoffe, dass ich das schaffe. Seit 1997 kümmere ich mich um ein Thema und zwar um das Thema Pflanzen helfen Pflanzen. Was haben Pflanzen in ihrer Evolution entwickelt, um sich ja gegen Schädlinge zu schützen? So kann man seinen Garten gestalten, bewirtschaften, eben ohne Chemie mit Hilfe der Pflanzen. Ja, wie bin ich zum Pflanzenarzt gekommen oder wie habe ich das gelernt? Also das ist auch eine wichtige Frage. Und zwar habe ich das über Jahre gemacht. Seit 1997 habe ich halt ausprobiert. Ich habe ausprobiert, was hat Oma früher gemacht, um ihre Pflanzen zu schützen. Ich habe Mixturen ausprobiert und ja, learning by doing. Und das kann eigentlich jeder in seinem Garten machen. Und das ist das Einfache und das Tolle eigentlich beim biologischen Gärtnern. Und wenn man darauf achtet, ja, Pflanzen helfen Pflanzen. Ganz wichtig ist natürlich für mich, dass ich das auch anderen Leuten beibringe. Das heißt also, dass viele, ich sage jetzt einfach mal so, auf der ganzen Welt biologisch Gärtnern und weniger Chemie in die Umwelt verteilen. Und ja, das ist meine Aufgabe. Hier schule ich halt eben ja junge Gärtner oder auch Verkäufer in Gartenzentren, die dann lernen, Alternativen anzuwenden. Und das ist ja meine Mission. Und ich denke mal, da arbeite ich ganz stark dran und das geht die nächsten 20 Jahre weiter. Für mich ist es wichtig, dass ja, dass das Gärtnern so leicht wie möglich ist. Das heißt also, wenn der Käufer, also wenn der Gartenfreund seine Pflanze aus dem Gartencenter oder aus der Gärtnerei kauft, soll er halt nicht alleine gelassen werden. Der soll Hilfe bekommen. Und ich möchte eben auch den Verkäufer schulen, damit er die Hilfe weitergeben kann und dass er zeigen kann, wie die Pflanzen ganz einfach gesund bleiben. Und das ist das Wichtigste. Die Freude am Garten soll immer bleiben. Und das ist das Wichtigste. Am Gärtnern. Ja. Ich habe natürlich oder wir haben natürlich auch einen Garten zu Hause. Und ganz wichtig, es gibt so einen tollen Gärtnersprichwort, der sagt also, der Gärtner sollte seinen Garten so groß planen, dass die Frau ihn auch bewirtschaften kann. Ja, so ist das bei uns. Ja, muss ich auch zugeben. Ohne meine Frau würde der Garten nicht so aussehen, wie er im Moment aussieht. Und das ist ganz klar. Und bei uns ist es wichtig. Wir bauen sehr viel Gemüse an und wir wollen unser Gemüse essen. Und da achten wir seit Jahren darauf, dass eben wenig oder bis gar keine Chemie in den Garten kommt. Was ich gerne loswerden möchte und wo ich mich darüber freuen würde, wenn wir von den 7000 Tonnen Pestizide, die wir jedes Jahr in Deutschland verbrauchen, das heißt, wir sind in Deutschland die Nummer eins in ganz Europa. Wenn wir da mal wieder zurückkommen, wie vor zehn Jahren mit 5000 Tonnen und eventuell vielleicht noch weniger. Das wäre ja ein Traum.